Stellen Sie sich vor, dass Sie eine ganze Videoserie erstellt haben und diese nun produzieren möchten. Im Prinzip hieße dies, Projekt öffnen, Projekt produzieren, nächstes Projekt öffnen, Projekt produzieren, nächstes Projekt und so weiter und so fort. Bei 1520 Videos haben Sie da vermutlich keine Lust zu und genau für so einen Fall gibt es in Camtasia die Stapelproduktion. Wie funktioniert die? Ganz einfach. Sie wechseln in das Menü Datei, Stapelproduktion und im folgenden Dialogfenster klicken Sie auf Dateien oder Projekte hinzufügen. Jetzt wählen Sie zum Beispiel eine Projektdatei aus und Sie wählen noch die eine oder andere Datei, die nur eine Direktdatei ist, aus. Das ist auch im Prinzip egal, wie viele das sind. Oder Sie können auch das Programm verwenden, um Videos zu konvertieren oder umzurechnen, wie hier diese MP4-Datei. Wenn Sie Ihre Dateien hinzugefügt haben, klicken Sie auf Weiter und können jetzt entweder ein Profil für alle Videos auswählen oder für jedes Video ein unterschiedliches Profil. In unserem Fall nehmen wir einfach mal ein Profil für alle. Sie könnten auch noch über den Profilmanager sich jetzt überlegen, was Sie an Einstellungen haben möchten oder ein neues Profil erstellen. Wir verwenden einfach das Standardprofil nur MP4 bis 720p. Klicken auf Weiter, nehmen einen Ordner, wo Sie das Ganze hin exportieren möchten und dann auf Fertigstellen. Es wird gefragt, ob der Ordner erstellt werden soll. Ja. Und dann startet der Stapelbetrieb. Während Sie jetzt einen Kaffee trinken waren oder bei mehreren Projekten vielleicht eher auch eine Mittagspause gemacht haben, sehen Sie jetzt in den einzelnen Ordnern die entsprechenden Aufnahmen, die in MP4-Dateien umgewandelt wurden. Eine sehr schöne Möglichkeit, nicht so viel Zeit zu verschwenden und immer bei einzelnen Rändervorgängen vom Bildschirm zu sitzen und zu warten, bis Camtasia damit fertig ist. Stapelbetrieb Stapelbetrieb